Ja, liebe YouTube-Freunde, im Schnelldurchlauf, es ist jetzt Sonntagmorgen, fünf nach sechs. Wir haben Gäste bewertet bis halb fünf und dann kam ich in den Stall und habe gesehen, da will eine Kuh kalben und große Probleme, ich musste den Doktor haben, das Kalb kam rückwärts, aber wir haben es erfolgreich geschafft und jetzt, wie gesagt, sechs Uhr morgen, der Bauer Hause war vierundzwanzig Stunden wach, nicht im Bett, vierundzwanzig Stunden gearbeitet. Und ich fühle mich noch fit, das ist ja noch verrückt. Fit und natürlich glücklich, dass das gut gegangen ist. Ja, ein glücklicher Sonntagmorgen für Bauer Hause.